Da hab ich alles, dann gehen wir mal hier in die Luftschacht, mal gucken was hier ist. Ich bin gerne so alles an meinem Kunden, weil, wie man sieht, haben wir ja nicht mal so viele Sachen. Es ist besser, alles zu haben, was geht. Okay. Da, Maintains. So. Hier war das, glaube ich. Oder? Wo waren wir denn nochmal, wo wir diese Kugel, äh, wo wir das gebraucht haben? Äh, ich wechsle einmal ganz kurz. Was gibst du uns? Super. Oh. Wo waren wir nochmal? Wir waren da unten, glaube ich, oder? Genau. So, Eve, 100%. So. Für den Notfall. Wir waren, glaube ich, da unten, oder? Genau. Und hier war der Safe. Genau. Genau. So. Okay. Wir müssen aufpassen, das ist bestimmt sehr schwer. Oh. 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 Yes. Geht doch. Oh. Ich wusste gar nicht, wie er... Plasmid-Veterchen-Frost benötigt. What? Oh, guckt euch mal, wie das aussieht, ne? So ein kleines Kimmerchen für so eine Verbesserung. Okay. Das heißt, wir müssen zu diesem Test-Drive-Ding oder was das da ist, weil man gesehen hat, dass das da kalt wird. Okay. Oh, oh. Versteck mich mal lieber hier. Okay, der geht da jetzt hoch. Dürfte der mich eigentlich nicht sehen. Und wir haben gesehen, bei Test-Drive hier hinter ist alles so ein bisschen eingefroren. Also, denke ich, sind wir hier am besten dann bedient. Da ist einer. Aber irgendwie so eine verrückte Hinderung. Wie? Hey! Naka-Vongriff Betreuung, die dich bemerkt haben, lediglich. Versteck dich also. So. Okay. Aber was da you got? Warte, ich bin hier. Das Mensa-Camp. Das fella, Atlas, hat hier die Rounds gemacht. Trying to bring some kind of order to this pit. All the splicers think the man walks on water. But something about him smells stink to me. Reminds me a bit of my former employer, Frank Fontaine. What? Always talking about how he was going to lift Rapture right out of the old man's wallet. No fuss, no muss. See where that gone. Fontaine? Oh. What do you want? Let me in, I'm working with Atlas. I ain't heard nothing. Nobody gets in there without a kind word from the bush. Okay. What do we need to do now? Okay. Now I'd like to know where we're going to go. Oh, oh. Da hinten ist er also. Okay. Aha. Ist er rechts oder links? Okay. Okay. Ich glaub, ich muss nämlich hier durch diese komischen Dinger hindurch jetzt. um da glaub ich mehr von diesen Dinger, äh, hier, Morse-Coden zu sehen. Und dann weiter zu kommen. Weil wir haben ja da hinten einen Code, den haben wir ja immer noch nicht entdeckt. Der musste ja irgendwo sein dann. Okay. Okay, ich vertraue jetzt mal. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, ich klemm hier. Lass mich doch sterben, genau. Werde ich jetzt wiederbelebt irgendwo, oder wie ist das? Das macht die Mädchen unterschiedlich. Huh? Huh? Interessant. Okay. Okay, damit kann ich leben. Huh? The Silverfin. This used to be a restaurant when I first came through. Now it belongs to this soup shop. Looks like I'm not the first one who tried to get in here. Aber man braucht den Code. Lassie left the trail. Yo. Anscheinend. Genau. Haben wir das hier eher entdeckt, als das echte. Ich wollte die Tür ja nicht öffnen. Machen wir das ganz einfach. Peekaboo. So. Nee, ist doch nicht gleich so. Ich wollte eigentlich ein bisschen Yves sparen, aber naja. Anscheinend bringt er ja nicht so viel. Okay. Okay. Anscheinend haben sie uns jetzt die Antwort gegeben, wie wir das machen müssen. Von hinten mit einem Lockpick. Ah. Oh je. Oh! Ich denke, dieses... Making some noise ist dann, dass man diese Noisemaker bekommt. Ich denke, wir haben unseren Mann gefunden. Wir haben seinen Mann gefunden. Entweder ist er tot, oder arbeitet für Ryan. Er ist auf jeden Fall schon mal eine Waffe. Er wusste über Columbia. Und, äh, und Booker und... Und ich. Der Suchan hat wohl einen Weg gefunden, um die Tür zu öffnen, die ich hierher gemacht habe. Aber wie? Hm. Wie wohl? Der hat wohl sich irgendwie die Kraft angeeignet von dir. Sowas in der Richtung. Oh, super. Wir müssen die Luftschleuse durchschalten. Oh. A Lutez-Device. That's how we must have reopened the tear. Ha? Hm? Okay. Ich finde das sehr interessant, wie eigentlich sozusagen, ähm... Halsbänder, Uhren und sowas so ungefähr ist wie... Ey. Statt ein Geld, ne, geben wir jetzt zwei oder sowas. Sehr interessant, muss ich schon sagen. Obwohl ich denke, in Arbon und sowas ist bestimmt mehr wert als nur zwei. Was haben wir denn hier? Das ist die Lutez-Device. Und sowas, was besonderes hier. Haben wir eine Kamera? Aha. Pneumo. Aha. Was haben wir hier? Ah, ein Audio-Lock. Suchan. Problem. Big Daddy will not imprint on the little brats. Yet Fink succeeded in imprinting his disgusting bird on his subject. How has Fink, this stupid man, succeeded where Suchan failed? If Suchan could obtain her sample of Fink's subject, Suchan could determine Delta of genetic material with little sister. Proof is in DNA pudding. Was ist das? Was ist das? Und bevor ich wusste, Ryan hat mich aus meinem eigenen Restaurant. Ah. 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 Das waren wir. Okay. Krachmacher brauchen wir. Ich warte, bis es nach oben geht. Okay. So. So. Okay. So. So. Na, egal. Besser als nichts. Also, besser als Alarm eigentlich. Aha. Was haben wir denn hier? Fietische Flossen wird benötigt. Na, gib nicht mir das doch. Ey. Ich hab jetzt hier so fünf Sachen gefunden, womit ich das schon haben kann. Und immer noch nicht geschafft, ey. Okay. Jetzt müssen wir die Maschine suchen. Springen wir einfach da hin. Und ersuche. Oh. Oh. Eine Mine. Ja, das ist ... Es muss hier ein paar Informationen sein. Ja, oben. Das haben wir ja schon gesehen. Das ist ja nicht das Problem. Hey, können wir hier durch jetzt? Also, das führt nur nach hier unten. Mehr nicht? Okay. Aber wir haben ja die Information oben schon... Wir durchsuchen alles schon im Dunkeln, bevor irgendetwas Echtes kommt. Ja. Warum würden sie auf Schematik sein, für... Es ist Kode. Ein Visionärer Cipher. Wenn wir das Hydrogen als A und Iron als 26 Element als Z... Sie immer brauchst du eine Kode-Key. Es ist hier. Wenn wir nicht überprüfen, die Fallibility des Ego-Maniak. Es sieht aus, wie ein Punch-List für Dinge, die Souchung braucht, um die Maschine zu fixieren. Eine Kaffee-Kathode, eine Carbon-Dioxide-Skrubber und eine Heatsink. Any of the vending machines should have the cathode tube. And we can look for a CO2 scrubber in the bathysphere showroom. A lot of models should have them. Okay. 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 We can repair the most sophisticated piece of technology ever created. Okay. 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 Soh-Chang. 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 Okay. Nein, mach ich nicht. So, aber anscheinend sind noch mehr hier. Okay. Ist hier was zurückgekehrt? Nee, ne? Waren wir überhaupt schon hier? Eigentlich waren wir ja schon hier, oder? Genau. Da haben wir den Schreibtisch stark übersehen, okay. Okay. Oh, oh. Das war ganz gut. Oh. 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 Okay. 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 Oh, ja. Und? Was jetzt? Okay. Okay. Oh. Okay. 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 War hier noch was? Ich hab doch noch was Glanzblaues gesehen. Nein. Ne. Da. Aha. 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 Oh. 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 Und so. Oh. Damit haben wir das schon mal. Nein. So. Damit hätten wir das wieder. Jut. Wir brauchen jedes bisschen Geld, was wir haben können, für Lockpicks anscheinend. Oh, guck, guck mal an. Achso. Die wollen, dass wir den Ersatz-CO2-Filter und wir müssen hier rein. Hallo. Atlas schickt mich. Ja? Atlas schickt mich hier für den alten Mann Winter. Du hast nicht hier lange gewesen, hast du? Was macht dir das? Weil du bist der einzige von uns, der nicht riecht wie ein Reptil-Haus in der Zoo. Jetzt mach dich kurz über das. Und einfach das Winter. Das ist nicht der Goodwill. Aha. Okay, hallo. Hallo. Aha. Was haben wir denn da? Okay, Flinningen. Okay. Oh, da ist ja auch noch ein Audio-Tagbuch hier. So. Tell Ryan, things are getting hot down here real fast. The goddamn Leprechaun is building himself a regular army. If you'd ask my opinion, which you didn't, I'd send a crew down here and clean up the place before they show up on your doorstep. But who am I, except some undercover schmuck you sent to give you straight dope? So. Okay, einer fehlt uns noch, einer fehlt uns. Okay, dann nehmen wir mal hier Viertöchchen Frost. Ja, ja, das wissen wir eigentlich, wie das klappt. Ja. Ich bin aber noch gar nicht verletzt. Wow, echt jetzt? Oh ja, komm hier raus. Wieso will ich sterben? So, als wenn nie was passiert ist, ist das jetzt hier? Ja. Hab ich ja. Birne. Revolver ist leer. Okay. Versuche eigentlich so wenig wie möglich umzubringen. Hm. Oh. Ne, glaub ich nicht. Ne, glaub ich nicht. Warte. 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 Hopp. Hopp und C. Hopp. Hopp und C. Genau. Ich hoffe, der ist jetzt nicht hier zufällig reingegangen. So. Hier waren wir schon drin. Ja, und ich denke, ich werde jetzt hier einen Cut machen. Ich hoffe, das kommt gleich Profil speichern. Dann werde ich nämlich... Ich muss noch einiges machen, deshalb... Oh. Jetzt... Ich sehe nur eine Schmutzung. Du hast dich hier für eine Grunde genommen. Eine Karte. Das ist was du willst, das? Das Atlas. Ich werde ihn nicht mehr tun. Either das, oder er wird mich tun. Vielleicht so. Ich bin nicht du, Booker. Ich bin ein Wartier. Ich bin nicht mehr ich. Ja, das reicht doch. So. Wir haben jetzt geschweichert. So wie es sich aussieht. Und ich denke, ich werde jetzt einmal kurz Cut machen. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Aufnahme wieder. Aber wie gesagt, ihr werdet ja nicht viel merken. Ich werde das ja hier als Gesamtes machen. Deshalb sage ich Dankeschön und bis dann. Ciao.